Ein herzliches Hallöchen von der Mein Schiff 4. Wir haben die wunderschöne Himmelmeersuite 140002 gebucht. Gerne zeige ich euch heute, wie diese wunderschöne Suite ausschaut. Wenn man da reinkommt, haben wir gerade schon mal eine Nespresso Maschine. Dann gehen wir da nach vorne in den Salon, wo wir eine wunderschöne Aussicht haben auf das Meer. Und da können wir direkt ins Schlafzimmer. Die Türe kann man zuschieben, also einer kann schlafen, der andere schaut TV. Dann kommen wir hier zu den Lavabos und wunderschön, es hat Bulgari-Produkte. Die Freude jeder Frau. Hallo, das bin ich, hallo. Ja, und dann hier haben wir die Dusche, eine Regendusche. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir die Toilette. Et voilà, die Türe kann zugeschlossen werden. So, dann geht es hier wieder raus und jetzt gehen wir in den oberen Stock. Traumhaft schön, die Treppe hier hoch. Wir machen die Kreuzfahrt von Dubai nach Abu Dhabi, Muscat, nachher geht es hoch nach Katar und Bahrain. Hier sind wir nun im oberen Stock, auf unserem Balkon. Einen schönen Viertertisch haben wir zum Essen. Reicht alleweil für uns. Zwei Liegestühle und da hinten haben wir doch eine wunderschöne Hängematte und zwei Hände, die da schon sich erfreuen an der wunderschönen Aussicht aufs Meer. Hier von Dubai. Und wir freuen uns auf diese Kreuzfahrt und grüßen ganz herzlich. Und Tschüss, die Büsse.